Hallo und herzlich willkommen, ich bin Omi Sonder und wir sehen uns hier wieder zurück bei War Robots. Und ja, bei dem zweiten Video heute. Dieses Mal habe ich den Spiele-Sound ein wenig lauter gestellt. Mir ist aufgefallen, dass er in dem vorherigen Video ein bisschen zu leise war, teilweise. Und nicht ganz so rübergekommen ist, wie er eigentlich in-game war, aber daran kann ich glaube ich nicht so viel ändern. Ähm, ich lade heute deswegen zwei Videos hoch, weil ich mit dem ersten Video A, nicht ganz super zufrieden bin. Dieses aber nicht, nicht, nicht hochladen möchte, sondern ich möchte es trotzdem hochladen. Und ja, aus diesem Grund mache ich jetzt noch ein zweites Video. Ich werde schauen, ob ich es schaffe täglich Videos hochzuladen, so wie früher. Denn im Gegensatz zu den GTA-Videos sind diese Videos hier nicht, nicht allzu schwer zu erstellen. Ich meine, bei GTA hat es immer gebraucht, bis man die Clips hatte, bis man, ja, die Kämpfe, ähm, hatte. Und hier ist es eben nicht so. Hier kann ich basically einfach nur ein Game starten, nehme das auf und das war's dann. Dieser Kämpfe ist eigentlich voll Meta-Maschine-Blablub, aber ich mag ihn nicht wirklich. Also ich kann ihn, ich komme mit dieser Bewaffnung nicht wirklich so klar auf dem. Keine Ahnung. Jetzt aktive ich mal hier Heilung. Ich kann nicht zu irgendwem linken, ich linke mal zu dem Buddy. Oh, hier ist ein Fenrir. Ich treffe fast gar nichts mit diesen Waffen. Also ich komme echt da mit Zero, klar. Gar nicht. So übel, nicht meins. Dann hier noch mit diesem Target-Switch. Ne, Mann. Nehmen wir jetzt einfach mal den Behemoth. Und kloppen von der Position da oben. Einfach Raketen hier runter. Weil die ignorieren Resistenz. Komm, wenn du mich ein bisschen schneller machen könntest, aber deine Fähigkeit läuft ja gerade eben schon. Wumm, 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 wumm. Ich ignoriere deine Resistenz. Es bringt nichts, wenn du gegen mich leechst. Komm schon, komm schon. Noch eine Bombe, noch eine Bombe. Oh, er hat sich geheilt. Okay, er wurde vom Airstrike geholt. Wer versteckt sich hier? Fenrir. Schön die Airstrikes reinbomben. Also nicht Airstrikes, sondern hier. Bombeffekt. Putz. Jetzt den Last End ausgelöst. Und danach Heilung und dick die Bomben reinkloppen. Wieder lockdownen und weg ist er. Je nachdem bekomme ich vielleicht sogar... Ah, 70% reicht glaube ich nicht ganz genau. Ich brauche auch noch ein bisschen für mein Schild. Aktiviert jemand Stealth. Braucht er sich her? Scheinbar nicht, nein. Ist ein Revenant. Er hat gerade ein Schild. Oh, hier ist ja auch noch ein Revenant. Der mich gar nicht sieht. Oh, aber der sieht mich. Das ist nicht gut. Hau doch ab. Ich will deinen Kollegen killen. Verdammt. Die Sache ist, meine Waffen, die... Der Hauptschaden kommt halt durch diesen Bomben-Effekt. Und der Revenant, wenn der sich teleportiert, ist er glaube ich für 9 Sekunden oder so... Ähm... ...Muhn gegen alle negativen Effekte. Aber einem Puncher... Puncher-Behemoth sollte man sich nicht ins Gesicht porten, auch wenn man ein Revenant ist. Das ist ein bisschen arg. Auch wenn du... ...krasse Waffen drauf hast. Man sollte sich einem Puncher-Behemoth nicht ins Gesicht porten. Das ist hochgradig ungesund. Oh, jetzt hat er das Schild. Vor allem nicht, wenn dieser Behemoth-Tyton-Unterstützung hat. Klar hat er mir hier Leben abziehen können, aber... Es hat ihn gekillt, basically. Weil er unbedingt in meine Base kommen wollte. Ich glaube, das ist der Typ. Ist er das? Ich glaube, ja. Aber er hat ein Schild und meine Waffen machen zwar einen enormen Schaden, aber leider keinen doppelten Schaden gegen Schilde. Ich versuche jetzt mal hier diesen Beacon einzunehmen. Sarah kommt vielleicht zu mir geflogen. Ich versuche ihn zu lockdownen. Um mich zu heilen. Für den Damage Output. So kommt das Schild. Ich werde geschild broken von dem Fafni. Und bin auch schon tot. Aber nehmen wir jetzt mal den Minos. Mit den coolen Cinder-Waffen, die einfach alles um mich herum killen, was mir nur zu nahe kommt. Mit diesem einfach ultra übertriebenen Speed. Für so einen Titan, der einfach... Hä, von was habe ich denn das schon Damage genommen? Jetzt eben, von dem Blitz. Das habe ich gesehen, ja. Aber... Davor... Der Indra kann gefährlich werden. Der hat nämlich echt sehr brutale Waffen. Auf die ich echt nicht so wirklich Lust habe, so. Ich bin gelocked, da und... Oh mein Gott. Diese Waffen sind so übertrieben einfach. Die sollten... Ich denke, dass die genervt werden. Ich hoffe, dass die genervt werden. Ich meine, what the fuck, man. Das waren zwei Sekunden, so. Okay, ich hatte mein Reflektorschild nicht. Aber das ist doch viel zu stark für irgendwelche Pumpguns. Es gibt jetzt mal einen Schuss. So, der war halb in der Deckung, so. Mein Schild ist einfach down. Schießt sich so auf den Dorf. Dann macht er seinen Face Shift. Das habe ich schon gedacht. Dann lockte und suppresse ich ihn. Dann drücke ich ihm das hier rein. Es macht kaum Schaden. Ich glaube, ein oder zweimal Bombefakt hat es ausgelöst. Aber so super viel hat es nicht gemacht. Ich drücke ihm hier wieder die Dinger rein. Je nach Lockdowne ich ihn wieder. Das nervt ihm bestimmt voll hart, man. Egal. Ich muss ihn auf die Nerven gehen. Den Indra. Er will mich. Wie er hier Lockdown nimmt zu crashen. Wie viel Schaden er einfach macht. Das ist unglaublich. Das ist unreal. Aber was verlieren die hier, so wie es aussieht? Ne, Indra. Oh, fuck. Den Fender habe ich gar nicht gesehen. Oh, das war jetzt schlecht für ihn. Dass er in seinem Beelmodus von mir gelockt wurde. Muss ich ja wieder Face Shiften wegen dem Indra. Jetzt habe ich nur noch einen Bot. Nicht den Bot, dem ich eigentlich nicht so wirklich gut klarkomme. Aber der geht eigentlich schon. Die Waffen sind auf Level 9, also die Hayvox hier. Und der Ravanna ist, glaube ich, auf Level 4 Mark 2. Und der Level 3 Mark 2. Das heißt, er ist ein Behemoth. Er ist langsam. Das heißt, ich kann den Beacon hier einnehmen, bevor er da ist. Das ist ein schneller Behemoth. Auch wenn wir hier müssen, langsam sind. Ich kann mir hier ein Schild geben. Der Indra attackt mich hier. Ich laufe einfach weg. Ich mache dann meinen ultralangen Face Shift. Ich mache dann wieder meine Fähigkeit. Und haue basically einfach ab, ohne wirklich großartig Schaden zu nehmen. Nimm mal den nächsten Beacon ein. Weil die Gegner sind hier ziemlich Beacon. Nein. Ah, verdammt. Ich habe es nicht mehr geschafft, in Schild reinzukommen. Der Indra Titan lebt einfach immer noch. Aber jetzt ist er tot. Nice. Was ist das? Ah, das ist der Behemoth. Vielleicht kann ich ja richtig auf nahe Distanz. Das ist ein Puncher Behemoth, mit dem man eigentlich nicht auf nahe Distanz gehen will. Aber jetzt ist er gerade leer. Er muss 5 Sekunden laden. Und jetzt ist das Gefecht auch schon gewonnen. Okay. Er hätte jetzt 5 Sekunden laden müssen. Aus diesem Grund hätte ich da noch ein paar Schüsse mehr reinpumpen können. Der Moment, wenn man mit 3,3 Millionen Schaden einfach letzter ist. Aber das ist auch krass. Wie viel mehr Schaden man macht. Ich meine, früher, so vor 4 Jahren oder so, da war es krass, wenn man so eine Million oder so eineinhalb Millionen Schaden gemacht hat. Und jetzt ist es so, ich meine, ich sehe Leute, die haben so 5 Millionen Durchschnittsschaden. Das ist schon sehr hart. 5 Millionen Durchschnittsschaden. Die haben dann natürlich alles auf Mark 3 und sowas. Aber es wäre früher halt einfach undenkbar gewesen. Ich denke, früher hatte ein Team nicht einmal genug HP, dass der Typ 5 Millionen Schaden anrichten kann. Das hat ein Schild. Was ist das? Ein Mars. Ich kann den Shield breaken. Das ist gut. Da ist aber ein Seraph. Es ist relativ wahrscheinlich, dass der Mars, ähm... Oh. Er schildft wirklich auch. Aber mein Damage Output ist dann halt leider mal höher. Ein bisschen. Weil diese Waffen sind schon ein bisschen sehr krass. Oh, er heilt gegen. Stirbt. 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 Mein Gott, hat mir das Leben gezogen. Meine Güte. Aber der Beacon da ist nicht eingenommen. Sie konnten den Beacon nicht einnehmen. Aber der eine... Es waren zwei Mars. Der wird jetzt auch geschild broken. Es ist schon krass, wie übertrieben stark ein Mars sein kann. Aber wie schwach oder wie schnell der dann einfach tot ist, wenn jemand ihn mal kurz schildbrakt. Das finde ich schon sehr insane. Und zum Beispiel, da läuft der Mars. Er weiß vielleicht nicht, was ich hab. Vielleicht weiß er, was ich hab. Vielleicht schmeißt er gleich seinen Turm irgendwie um die Ecke. Vielleicht will er mich auch shieldbraken. Das ist ein Mars. Er schmeißt sein Türmchen. Das Türmchen, das macht schon guten Damage. Dann pflege ich hier nach oben. Aktivere Heilung für den extra Damage. Und er macht den Faceshift. Er macht den Faceshift. Okay. Sein Türmchen. Ach nee, da unten ist ja noch ein Ding. Was hat mich jetzt gekillt? Feinter Mark 2. Der Mars mit dem Feinter Mark 2. Okay, dann nehme ich jetzt auch mal meinen Mars. Dann haben wir den Irre-Boss mit Prisma, wie es aussieht. Aber der ist auf der Map jetzt nicht so super, so super, super nützlich. Soll ich jetzt in anderen Maß hier challengen? Weil der ist schon ein bisschen angeschlagen. Hat gerade auch noch einen Airstrike auf die Nase bekommen. Ich schmeiße jetzt auch seinen Turm hier hin. Weißt du was? Dann schmeiße ich jetzt auch meinen Turm bei dir da hinten hin, mein Freund. Siehst du hier? Cool, hä? Ein Türmchen für dich. Er hat halt jetzt auch so Doppelschilder, so wie das, was ich hier immer mache mit meinem Nordlight-Battleschiff. Kommt schon Lockdown? Ja, Mann, er wurde gelocktaunt. Ach, da kommt der Ball. Er entfaltet sich. Ich weiß nicht. Er hat gar keinen Schaden gemacht. Wieso entfalten die sich? Das verstehe ich manchmal nicht. Denn es hat ihm gerade gar nichts gebracht. Er ist einfach nur gestorben, deswegen. Oh, das sieht cool aus. Hier erstmal noch ein Schild unter meinem Schild. Das wird wahrscheinlich hier diese... Das wird wahrscheinlich der Irre-Boss sein mit den... Stellabriss war. Die haben diesen... Ah, das ist ein Fendryer. Kein Wunder nimmt er kein Damage. Ah, aber warte, wenn das hier ein Fendryer ist, wenn du den Beacon einnimmst, hier. Siehst du das? Das ist Spielzeug für dich. Der steht da und schießt dir jetzt ins Gesicht ein bisschen. Oder euch beiden? Das sind ja zwei. Ich kann die beiden jetzt nicht im Nahkampf davon abhalten, jetzt den Beacon einzunehmen. Deswegen gehe ich jetzt... Oh, das ist ein Ravanna. Das ist ungesund. Oh. Obwohl mein Damage-Output ist mittlerweile gar nicht mal mehr so niedrig. Bin schon auf 63 Amplified. Hab jetzt hier sogar den Beacon eingenommen. Theoretisch kann ich eigentlich auch einfach das Türmchen hier hinstellen. Wenn ich so einer kommen will. Zum Beispiel so. Und dann einfach weglaufen. Einen anderen Beacon einnehmen. Ein anderes Schild schützt mich. Mein Türmchen hat gerade eingekillt. Mein Türmchen steht jetzt da erstmal auf dem Beacon und schießt auf alles und jeden, der da irgendwie den Beacon einnehmen will. Ich gebe jetzt mit dem Hawk mal ein Schild und nehme jetzt den Beacon da unten ein. Jetzt ist das Türmchen wieder zurück auf mir. Aber wir verlieren halt. Wegen Beacons. Wegen den Beacons. Das ist sehr unangenehm. Da ist ein Revenant, der auf mich gejumpt ist. Er denkt, dass er irgendwie cool ist. Er darf auch Spaß mit meinem Turm haben. Und Spaß daran haben, dass er nicht durch mein Schild kommt. Das ist schon nervig, wenn man nicht durchs Schild durchkommt. Da kommt jetzt ein Luchador. Der hat ein bisschen mehr Feuerkraft. Ich gebe mir mal noch ein Schild unter meinem Schild. Hat er jetzt ein Reflektorschild am Laufen? Sieht nicht so aus. Er ist gelocked. Ich glaube, jetzt wird er geslowed. Irgendwas. Er schießt hier auf jeden Fall volle Feuerkraft von seinem Luchador. Jetzt hat er noch eine Million Schild, gegen die er kämpfen muss. Kommt noch Feuerunterstützung von einem Typhon. Ich schmeiße mal meinen Turm. Das wird mir hier ein bisschen zu bunt. Das wird mir hier ein bisschen zu bunt. Das sind mir ein bisschen zu viele. Auch wenn ich hier ultra viel Schild habe, das ist einfach unglaublich assi. Jetzt stammt er. Jetzt stammt er. Ja, klar. Er will den Beacon einnehmen. Ich will nicht wirklich so in den Nahkampf gehen. Obwohl. Obwohl. Sie sind ja jetzt tot. Und ich gebe mir noch mehr Schild unter meinem Schild. Weil die haben ja jetzt ein bisschen Schild von meinem Doppelschild weggeschossen. Also muss ich mir Neues geben. Wir haben momentan mehr Beacons. Das ist ganz cool. Allerdings ist der Balken vom Gegner deutlich, deutlich, deutlich länger. Und ich bin gerade eben nicht sonderlich schnell, weil ich meinen Turm noch drauf habe. Und der Turm ein bisschen schwer ist. Aber wenn ich den Turm abwerfe, ich will, dass der Turm halt was nützt. Der ist dann halt einfach 50 Sekunden lang basically weg. Und deswegen will ich den Turm immer zumindest irgendwo hinschmeißen, wo er halt einen Nutzen hat. Wo sein Dasein einen Sinn ergibt. Murom ist jetzt am Fliegen. Aber das Ding hier da hinten kann nichts machen. Der wird jetzt erstmal gelocked, dauernd, und wird dann weggesnackt. Oh ne, hier wieder ein Revenant in mein Gesicht. Ich kann nichts sehen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Mein Gott. Hier ist mein Turm. Ja, jetzt hat er wieder Spaß mit eurem Turmchen. Da stelle ich mich hier hinten hin. Gib mir nochmal ein Schild unter mein Schild. Und lass einfach meine Miniguns in sein Gesicht warm laufen. Solange bis er tot ist. Oh, ein Scorpion. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Guten Morgen. Was geht? Hast gedacht, du kommst durch mein Schild. Hast du leider nicht geschafft, mein Freund. Da ist ein Titan. Die haben den Beacon auch eingenommen. Okay, das ist das Problem. Jetzt kommt eine Shield Break Harpy. Oder Siren. Ich schmeiß hier mein Türmchen. Das Problem halt bei den Harpy und Sirens. Das ist so der einzige wirkliche krasse Konter. Die haben eine enorme Feuerkraft. Jetzt kommt auch noch der Scorpion und der Titan. Die alle ein Problem darstellen. Und jetzt werde ich noch geshield-braked von der Siren Harpy. Von der Siren. Und jetzt ist das Gefecht auch schon vorbei. Dieses Gefecht haben wir jetzt leider verloren. Ich habe am Ende echt versucht, die Beacons da zu halten. Aber irgendwie war es nicht so. Irgendwie waren die Gegner dann doch besser. Obwohl von den Sets sieht das eigentlich relativ ausgeglichen aus. Und von den Beacons sieht das eigentlich aus, als ob mein Team mehr gemacht hätte. Aber irgendwie hat der Gegner dann halt doch gewonnen. Aber naja, man hat mal solche und solche Gefechte. Auf jeden Fall. Ich hoffe, die Audio ist jetzt ein bisschen besser. Und nicht so, was heißt verbuggt. Aber ich hoffe, meine eigenen Waffen hört man jetzt ein bisschen besser, als in dem Video davor. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.